so hallo wir machen weiter bei the binding of isaac letztes mal hatten wir endlich wieder erfolg und haben ist mit isaac gelegt nachdem wir schon zugegeben wieder ziemlich op hingegangen sind trotzdem dogma holy shit dogma haut mich jedes mal fast auf fast um es ist echt kritisch geworden ist es ist echt kritisch geworden ich muss vor dogma mich mehr in acht nehmen okay ja ich würde weiter tante charaktere freischalten uns fehlt noch der von meddy uns fehlt noch der von hier blue baby aber das ist das wieder so ein charakter damit ich glaube ich erst mal erwarten wissen ja weiß ich nicht vielleicht checken wir mal ev aus vielleicht checken wir mal ev aus samson ist noch zur auswahl lazarus haben wir noch nicht eben haben wir natürlich auch noch nicht lost haben wir auch noch nicht will ist aber auch noch nicht sollen wir es mal mit lilith probieren können wir probieren es mal mit lilith so wir probieren es mal mit lilith test gleich mal den stachel raum aus da findet sie bomben und den tod ja cool ja mensch ja das ist nix das hier ist glaube ich dass ich ich sammels kurz mal ein dass wir es mal gesammelt haben das ist glaube ich dass die pillen schlecht also dass nur schlechte pillen kommen oder irgendwie so was dauerst pilz plus evil ab so plötzlich hast du nur noch schlechte pillen ich weiß nicht warum man das haben sollte aber hey wir haben es mal eingesammelt ja einfach der gleiche stachel raum von gerade eben diesmal aber ohne teleport oha ich habe gelernt wie man hier durchläuft oha ich bin ein wizard oha alles müll egal haben wir mal kurz reingeschaut mittlerweile habe ich es auch gelernt wenn sie ein paar mal ich glaube getroffen wurde ne quatsch nicht wenn sie getroffen wurde oder wenn sie getroffen wenn sie schaden nimmt dann gibt es neuen familie oder so also von selber also der verdoppelt sich praktisch von selber da ich das dinge passen vielleicht das dinge passieren ich glaube es ist entweder dass man selbst getroffen aber es wäre irgendwie komisch ich will ja nicht getroffen werden ne wahrscheinlich verwechsel ich schon wieder irgendwas ist egal ist egal ich hab nix gesagt so was haben wir hier ach ja komm ein item hat dass ich nicht rankommen kann kannst du mich mal was ist das da kann man ne da kann man wirklich nicht ran ohne ohne bombe aber will ich auch nicht unbedingt haben ist jetzt nicht das genialste item aber ihr will ich schon eigentlich wirklich so lange wie setten bis der waren einigermaßen gut startet das ist doch ein guter schritt jetzt sagt ihr wette gleich ist es doch nur ein hp ab aber ich sage ja es ist ein hp ab wir probieren es aus es ist zumindest ein wand den ich nicht gesetten werde von anfang an am besten wäre natürlich wieder der traktor strahl wenn wir den traktor strahl wieder bekommen würden und einfach sie selber schießen kann das wäre halt in sehen ich meine ich hatte mit ihr ja echt krasse op ones also sie kann böse op werden mit den richtigen items kann sie böse op werden das wird natürlich schon eine geschichte aber das kriegen wir nicht wir kriegen hier kein geld zusammen das ist aber auch nicht weiter damit kann ich leben so wir müssen jetzt dran denken irgendwann ein trinket liegen zu lassen diesmal da müssen wir wieder dran denken ganz klar klare geschichte item raum jetzt hier suchen ist auch merkwürdig ehrlich gesagt ganz komische geschichte mit dem item raum hier gerade ganz komische äh item raum sage ich schon links raum weißt du schon linkkeine information raum Vorsichtig Vorsichtig Okay, cool Box of Stuff Da haben wir doch schon unser Twinket, was wir liegen lassen Finde ich gut Range Up auch gut Und dann nehmen wir einmal the world einfach mit Okay So far so good Rote Herzen werden beschützt Durch genug Sachen Mal gucken, wie lang es hält Einen Schlüssel haben wir Für den Itemraum Soweit erstmal in Ordnung Soweit erstmal in Ordnung Okay, Stachelraum Diesmal werden wir jetzt nicht sofort eingehen Das ist jetzt natürlich Jetzt geht es ja erstmal darum Die Herzen vor den roten Herzen zu behalten Und nicht gleich wieder aufzugehen Kann man sich darüber Gedanken machen Je nachdem wie viel Herzen übrig bleiben Nach dem Bosskampf Kann man sich darüber Gedanken machen Aber jetzt momentan Garantiert noch nicht Gehen wir nach oben Ah nee Hört auf mit dem Kack So frech Diese Viecher sind so frech Dann werden wir jetzt gleich schlauer sein Was das Item dieser Ebene angeht Zodiac Das war das Item Wo wir letztes Mal festgestellt haben Dass es irgendwie Irgendwelche Effekte auslöst Auf jeder Ebene Mal hat es plötzlich Blut Äh Blut zeige ich schon Mal hatte ich plötzlich den Gift Effekt Dann war es wieder was anderes Dann war es wieder was anderes Also Ganz merkwürdig Ach ich hat nicht Ich bin nicht aufgeladen Scheiße Ah ja Ist natürlich jetzt dumm gewesen Aber egal Dann dauert Monstro halt einfach ein bisschen länger Ich bin nicht aufgeladen Ich fühle mich wie in der Zeitschleife gefangen Ah jetzt bewegt das sich mal wieder Menschenskinder Was war das denn gerade Für ein Kreislauf einfach So tschüss Satan Deal Aber nicht für mich Nur für die Stats So Dann Hab ich Ne So Soll ich jetzt dieses blaue Herz opfern Bin mir so unschlüssig Eigentlich würde mich der Stachelraum Also der Curse rum schon reizen Na Mehr passt hier nicht mehr in der Ebene Ich bin mir echt unschlüssig Nice Na komm Das eine blaue Herz opfern wir jetzt Und hoffen Das ist Das ist was Ich meine es ist immer Risiko Es ist immer Risiko Es ist immer Risiko Was man hier macht Hier wenn ich nicht getroffen werde Dann gehe ich zumindest ohne Verlust Oh ich gehe sogar mit zwei Bomben raus Okay Ja Also es hat jetzt Einfach zwei Bomben bedeutet Ist jetzt nicht der größte Gewinn Aber es ist ein Gewinn So und das ist Das ist entscheidend Alles richtig gemacht Aber es hätte auch anders laufen können Nehme ich lieber der World mit oder der Death Ich meine Death ist so eine Einmal-Use-Dings Und dann hast du halt Schaden im Raum gemacht Ah wir nehmen der World mit Passt schon Passt schon Diesmal gehen wir aber wieder hier nicht gleich rein Sondern jetzt warten wir natürlich erst auf Le Boss Und da haben wir erstmal den Itemraum direkt am Start Sehr gut Sehr sehr gut Doch mach dich weg noch Dann bin ich zufrieden Dankeschön Okay das Robo Baby Das kann jetzt schon recht nützlich sein Gerade wenn ich mit meinem Viech nicht so oft treffe Na Dann kann das schon mal ganz nützlich werden Oha Okay wenn wir mehr Geld haben Komme ich zu dir zurück Dann würde ich jetzt auch wieder den Shop eher nicht besuchen Sondern mich eher Ja na hierfür ist das Robo Baby jetzt echt gut Für solche Viecher ist das Robo Baby fantastisch Aber das Problem ist halt dass er mit die Ah ich sehe den Blauen Stein Ne ich darf doch doch ich sehe den Blauen Stein Das Problem ist halt dass dadurch dass ich ja schießen muss Ich das Robo Baby nicht so gut durch die Gegend steuern kann Ja 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 genau Dann passiert nämlich so ein Müll So Ja war schon wieder blöd So wir kümmern uns erst mal um den Quatsch hier Und dann kümmern uns mit dem Robo Baby um die Viecher an der Wand So machen wir es Okay jetzt kannst du dich hier drum kümmern Baby Gut ähm Da gehen wir noch nicht rein Ich habe ja gesagt wenn ich Geld habe gehe ich zum Bettler Das lassen wir auch sein Da komme ich nicht unbeschadet rüber Können gucken ob ich ein schwarzes Herz tropfe Na das tropft so ein Herz Nützt mir nix So Das machen wir jetzt auch von der Ferne Das soll er erledigen Ich weiche nur noch aus Gut sehr schön So Und dann die letzte Spinne Ja dafür ist das Robo Baby gut Dafür ist das Robo Baby gut Wenn man nicht mehr so viel los ist Und man ihn einfach hinschicken kann Solange man selber noch Na ja 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 Solange man selber noch viel schießen muss Ist es leider nicht ganz so nützlich So aber jetzt kann ich praktisch mit dem Robo Baby den Rest machen Und mir selber passiert nichts mehr Und das Schöne ist ja Dadurch dass wir Lilith spielen Verdoppeln wir das Robo Baby jetzt auch noch Na das läuft doch Komm Engel Raum Schade 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 Aber okay So Jetzt ist die Frage Curse Room yes no Ich würde sagen yes Wir gehen in den Curse Room rein Das eine schwarze Herz opfere ich dafür Und hoffe halt dass es wieder einen Gewinn gibt Aber ich habe jetzt meiner Meinung nach nicht genug Geld Um hier rein zu An den Kollegen ranzugehen Dafür ist mit dann das Geld jetzt doch noch zu wenig Bin ich ganz ehrlich So mal gucken was der hier bringt jetzt Vielleicht noch ein Item wenigstens Okay es ist ein Schlüssel Herz gegen Schlüssel Kann ich verkraften Aber mit sieben Münzen Ist mir zu riskant Ist mir zu riskant Dass ich die einfach hergebe Machen wir jetzt nicht Machen wir jetzt nicht Wir gehen weiter Wir gehen weiter So also Trinket liegt rum Um ein Trinket muss ich mich nicht mehr sorgen Im Moment geht es darum Einfach runter zu kommen Einfach nach Devs 2 zu kommen Ohne groß Stress zu haben Ach der macht es nicht kaputt Dann muss ich das machen Nice The Tower Okay Mal gucken ob wir den Raum finden Wo die Tower nützlich Nützlich sein könnte Müssen wir es sehen So ist es schön Blatt Penny Nützt mir gerade eigentlich gar nicht mal so viel Aber andererseits liegen dann halt rote Herzen rum Ich hole ihn mir mal Okay auch das schön Da kann ich mir jetzt einfach hier hinstellen Wobei ich muss ein bisschen weiter weg Ja 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 Aber auch das ist jetzt sehr praktisch Ich stelle mich einfach hier hin Und chill meine Basis Das ist jetzt nicht ganz so praktisch Da muss ich jetzt schon arbeiten Wär man sich genug Münzen Dass ein Shopbesuch Äh Münzenschlüssel wollte ich sagen Dass ein Shopbesuch nicht zu riskant ist Ja und dann haben wir noch Vor allem den Kollegen Und das ist ja jetzt sehr gut Weil wir dann für den nächsten Shop Auf jeden Fall genug Münzen haben Na komm machen wir mal hier die Geschichte jetzt Naja und kaum Yo Der hat mich viel zu oft getroffen Das war richtig schlecht gespielt Tut mir leid Dass ihr das sehen musstet Das war richtig schlecht gespielt Ärgerlich Oha Also der nächste Shop wird auf jeden Fall gut Aber jetzt der hier halt noch Wo gehe ich denn hin Das war scheiße Das war richtig scheiße Alter Na gut Ich verliere gleich meine Engel Chance Das ist natürlich dumm Wir setzen jetzt hier mal Tower ein In der Hoffnung Dass die Pilze Was nützliches bringen Am besten Bad Trip Yikes Okay Wir machen das aus der Ferne Wir machen das schön aus der Ferne hier Hilfe Wir sind direkt vom Boss gelandet Das ist natürlich auch wieder anders kritisch Soll ich es riskieren jetzt zum Boss zu gehen und hoffen dass er mich nicht trifft Wir könnten es probieren Wir könnten es probieren Ich würde aber gerne natürlich noch ein blaues Herz Eigentlich Ah Den Raum kriegen wir klein Ohne Probleme Und dann will ich jetzt natürlich noch die Chance nutzen Auf Geheim Raum Ah das war dumm Der war da die die Bombe war dumm Entschuldigung Ich habe nicht richtig hingeguckt Die Bombe war saudumm Die Bombe war leider tatsächlich saudumm Oh oh Ähm Roboter mach Scheiße Das war blöd Ah das war es mit dem Engelraum Das war scheiße Das war es mit dem Engelraum Ach Kacke So was bist du Oh mein Gott Hier ist dann Nein Vorsicht Oh mein Gott Vorsichtig Kollege Oh jetzt haben wir Jetzt haben wir so ein Viech bekommen Ah ok Weiß gar nicht ob die jetzt hier Bleibt es macht es bei ihm Ja das macht bei ihm auch den Effekt Ok Wenn man dauerhaft schießt Dann werden die Tiers Die Tiersrate stärker in die gleiche Richtung Ich muss in die gleiche Richtung schießen Dann wird die Tiersrate stärker So jetzt liegen aber sowieso genug Herzen rum Jetzt können wir auch gleich den Stachelraum mitnehmen Toll Kann ich es riskieren an sich? Ja ich kriege die Herzen eh zurück Oh ah ok Was haben wir hier? Damage up Whisky aber muss ich mitnehmen Die Frage ist jetzt die Wegen aufladen ne Das ist jetzt gerade mein Problem Dann habe ich es halt beim Boss nicht Ja dann habe ich es beim Boss nicht Ist jetzt egal Wird schon gut gehen Oh Gott 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 Yes Da liegt ein rotes halbes Herz Sehr gut das war wichtig Ok oh der ist nochmal böse Ihr könnt euch gleich mal gepflegt verpissen hier Vorsicht 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 Nein Nein, 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 nein. Wir haben es doch gleich. Okay, 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 er ist down, er ist down. Da ist mein Herz. Passt. Wir kommen hier raus, wir kommen hier raus. Oh, äh, Rusted Keys glaub ich. Was war der Wasted Key? Ich glaube, es kann sein, dass man Schlüssel nicht verliert, wenn man Dings einsammelt. Wenn man Dings einsammelt, wenn man in Türen öffnet. Ich glaube, es ist so eine Wahrscheinlichkeit gewesen oder sowas. Ist auf jeden Fall nicht der Shop-Key. So, jetzt muss ich noch die Herzen aus dem Shop holen. Ah, nee, ich bin ja voll. Muss ich nicht holen. Fast. Okay. Okay. Wir haben immer noch 18% Chance auf Angel Deal, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir den bekommen werden. Weil dafür dürfte ich jetzt auch wieder nicht getroffen werden, weil sonst landen wir bei 1%. Und naja, da werden wir landen. Oh Gott. Nee, mach mir nicht ganz einen Herzschaden, du Pflaume. Jetzt wäre es erstmal gut, überhaupt hier durchzukommen. Da ist mir sogar der Deal gerade egal. Ich will überleben! Das war super knapp, das war super knapp. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Oh, holy shit, war das gerade knapp. Das ist aber jetzt tatsächlich ein Trinket, was ich mitnehmen werde. Das nehme ich mit, das lassen wir hier liegen. Passt. Uff, war das gerade knapp. Meine Herren. Meine Herren, dafür verzichte ich auch auf den Angel Deal. Null. So, jetzt ist er bei 100%, aber wir haben leider überhaupt kein Herz davor. Das ist das Problem. Das heißt, sobald wir getroffen werden, geht er schon runter. Wir brauchen ganz dringend ein Herz davor. Ja. Das Ringbaby nützt mir halt nicht viel, wenn nicht die Gegner an mir dran sind. So, keine Ahnung. Ja, okay, okay. So war jetzt tatsächlich nützlich. Wow. Ah, ich wollte den ersten wegmachen, bis der zweite da ist. Hat nicht ganz funktioniert. Aber wir sollten durchkommen. Ja, sehr, 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 sehr schön. Wieso? Yo, nice. Aber wieso laufe ich jetzt plötzlich Toten? Ach, ist das wieder Zodiac, dass wir hier wieder irgendeinen Effekt bekommen haben? Ja, ja, das muss Zodiac sein. Also, wir haben Gift-Tränen. Wir haben den Effekt mit Dings hier. Das werden wir jetzt in der Runde natürlich enorm nutzen, weil die Totenköpfe zu kaputt laufen. Kann zwar die Viecher hier spawnen, aber es ist nicht so schlimm. Die Totenköpfe können nicht explodieren, so wie Pilze. Damit kann man sozusagen wirklich leben. Yo. Merken. Oh mein Gott. Merken. 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 Was da liegt. Unbedingt merken. So, einmal den hier. Und den holen wir uns auch noch, wenn wir noch eine Münze mehr haben. Ich meine, eine Münze werden wir auf jeden Fall noch bekommen in der Ebene. Wäre sehr komisch, wenn nicht. Ist hier ein Stein, der es wert wäre, den Schlüssel zu holen? Weil wir haben eigentlich genug Schlüssel. Ich sehe keinen Stein. Okay. Dann lassen wir das. So, jetzt holen wir uns erstmal das letzte Item. Wo ich das vergesse. Aber dann sind wir jetzt die Runde. Sind wir... Ach, das ist ein Space-Bide. Ich habe das wieder für was anderes gehalten. Ich habe das wieder für was anderes gehalten. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Aber es ist okay. War dumm. Macht nix. Ah, hier geht es nicht weiter, aber der Raum ist einfach. Ja, ich habe es für ein anderes Item gehalten. Es war... War Quatsch. Weil mit Lilith muss ich auf jeden Fall die Truhe behalten. Da darf so schnell nichts anderes in die Quere kommen. Ach, ich bin doch dumm. Ich bin doch dumm. Ich kriege den Schlüssel doch gratis. Ich kriege den Schlüssel doch gratis. Ich bin ja blöd. Dann können wir hier sogar links gucken. Okay, da war nichts weiter. Ja, natürlich. Ich kriege ja... Also... Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, aus welchem Pool Zodiac sich diese Dinger schnappt. Es muss irgendein spezieller Item-Pool sein. Weil das sind schon sehr spezielle Effekte. Das ist Gift. Es ist, äh... Das... Dieses Stompy-Ding. Ich glaube, es war auch mal der... Der Rage-Effekt war, glaube ich, auch mal am Start dabei. Ach, Zodiac! Das sind die, 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 äh... Hier. Aquarius und so. Die, die Sternzeichen-Items. Die sind das. Ja, natürlich. Da kommt das her. Lul. Ah, das heißt, es gibt mir am Start eines Raums einen Zuhoha. Das war blöd. Ja, ich habe gehofft, dass es nicht passiert. Wir erst mal unsere Ruhe haben. Ah, das heißt, es gibt mir am Start eines Raums einen zufälligen, äh... Sternzeichen-Dings-Effekt. So macht... Ah! Verstanden. Verstanden. Okay. Da ist nichts weiter. Das ist es! Deswegen. Okay, dann ist es eigentlich ganz cool, Zodiac, weil da gibt es eigentlich fast keine schlechten Effekte, ne? Nur, dass man manche dann halt gerne dauerhaft behalten würde. Weil dann haben wir jetzt hier, ähm... Ja, wie heißt denn der Effekt, wo man stampfen kann? Zum Vergessen. Leo ist es ja nicht. Leo ist ja... Oder? Doch, doch, Leo, klar. Das müsste Leo sein. Löwe. Nein, na, Mann! Nein! Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon beim Boss. Jetzt können wir den Boss auch gleich machen, weil jetzt haben wir die Herzen noch zusammen, so wie sie es sein sollten. Jetzt ist es aber schon wieder kritisch. Gib mir ein blaues Herz. Ja, gib mir erstmal gar nichts. Sollen wir es gleich probieren? Endorfen, dass wir nicht getroffen werden. Wir haben 100% Chance. Wenn ich jetzt das blaue Herz nicht verliere, kriegen wir safe einen Engelraum. Wenn ich jetzt versuche, hier noch rumzulaufen, ist die Chance halt höher, dass ich nochmal getroffen... Ne, komm, wir gehen erst rum. Wir gehen erst rum. I don't care. Wir gehen erst rum. Okay, sehr gut. Wir kriegen erst mal das Item hier. Naja. Naja. Ich muss nochmal aufpassen, dass ich nicht in irgendeinen Bombenstein reinlaufe. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Äh, ich kann mal aufhören zu schießen, sonst wird es Quatsch. Äh, lasst mich mal kurz nachdenken, wie wir das angehen. Also bis hierhin kann ich problemlos laufen. Scheiße. Scheiße. Da ist mein letztes Herz weg, vor dem blauen Herz. Du bist ja cute. Kommst du mir bitte ein blaues Herz? Das wäre voll cool. Leider kein blaues Herz. Gab es im Shop ein blaues Herz? Ja, das riskieren wir nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob es im Shop ein blaues Herz gab. Müssen wir nochmal nachschauen, ne? Potenziell möglich. Das ist leider kein blaues Herz. Okay, da können wir nochmal kurz Fliegen generieren. Wow, eine ganze Fliege. Komm, Hierophant. The Fool. Mhm. Das ist ja auch interessant. Na, hoffen wir mal, dass dieser Itemraum mir Glück bringt. Äh, Geheimraum mir Glück bringt. Oh, bitte seine gute Pille. Ja, bitte seine gute Pille. Ja, schade. Das war ein Versuch. Okay, wir haben The Fool schon mal dabei. Das ist gut. Dann kann ich jetzt hier auch die letzte Bombe nutzen. In der Hoffnung, noch eine gute Pille zu bekommen. Wie zum Beispiel Balls of Steel. Balls of Steel. Ja, schade. Hätte ich es gewusst, hätte ich sie beim Boss eingesetzt. Too late. Na gut, gehen wir. Ich muss einfach hoffen, nicht getroffen zu werden. Aber das wird wohl nicht passieren bei meinen Künsten. Bei meinen Spielkünsten wird das wohl eher nicht passieren. Okay, wir haben jetzt aber so viele Schlüssel. Können wir uns auch wieder Bomben holen. So. Na gut. Na gut. Drückt mir die Daumen, dass es irgendwie gut geht. Aber ich sehe es etwas kritisch. Wen haben wir... Oh nein. Boah, der wird mich so wegnatzen. Ich muss das Feuer loswerden. Allein das wird mich schon treffen. Ja, scheiß Brimstone. Es ist halt zum Kotz mit dem seinem Brimstone. Ja, komm. Gut hast du das gemacht. Ganz toll. Du kannst stolz auf mich sein. Naja. Man kann nicht alles haben. Vor allem nicht immer in den Engelraum. Aua. Jetzt wäre es schön zu überleben. Rückwirkend betrachtet. So, tschüss. Ich sagte tschüss. Immerhin ein schönes Damage-Abnehmer noch mit. Okay. Und ob ich jetzt hier das weiße Herz hole oder da hinten das weiße Herz, ist eigentlich egal. Wir kriegen oder so oder so das HP, ein HP ab. Zwei werden es nicht. Also brauche ich das andere jetzt gar nicht holen. Ne? Ah, nein, war dumm. Ich hätte das hier liegen lassen sollen für den Rückweg, dann hätte ich es nochmal nehmen können. Habe ich nicht dran gedacht. Sorry. Ist mir bewusst. Ist mir bewusst. Bitte flamet mich nicht. Ist mir bewusst. Ich weiß, mir ist es eingefallen. Aber habe ich jetzt nicht. So. Okay. Ach, jetzt haben wir diesen Conjoint-Effekt. Ja, ja. Das ist eindeutig, dass das die Zodiac-Items sind. Sehr cool. Die Zodiac-Items, das sage ich selber und das Ding heißt Zodiac. Ja, moin. Ist mir echt bald aufgefallen, dass das ja sogar zusammen, mein Gott, zusammenhängt. Nein, lass dich doch nicht gleich treffen. Da hat sich die Chance schon wieder verabschiedet. Okay, kein Engelraum in diesen Geschichten hier. Leider. Schade. Wir sind halt noch überhaupt nicht ansatzweise bereit für Biest oder sowas. Ja. Ja. Wird kritisch. Wird kritisch. Nein, was tue ich? Ich meine, jetzt ist eh jetzt den E-Treffer gerade egal. Also nicht ganz egal, aber so ein bisschen. Hier wäre übrigens der Totenkopf Kopf. Den wir jetzt gar nicht mehr brauchen aktuell. Sollte ich aber die Full-Karte verhauen. Bruder, bist du schnell! Wie schnell ist der denn drauf? Lösch dich, Junge. Aber richtig. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Shop besuchen. Ja, wir haben genug Münzen, äh, Schlüssel. Ja, okay, das da ist ein, ja. Ja, ne? Kann man zwar auch zum Zurückportieren benutzen, aber jetzt im Moment lassen wir es erstmal liegen. Ach, wir sehen wieder nix. Cool. Oh, jetzt haben wir Scorpio immer. Zumindest ein Sodiac-Item, was wir jetzt immer haben. Auch nett. Auch nett. Und da ist der Shop. Alles in einem Haufen. Alles in einem Abwasch. Sehr schön. Okay. Item werde ich mir auf jeden Fall schnappen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es mir auf jeden Fall schnappen. Car Battery. Oh, nice. Oh, nice. Nicee Geschichte. So, macht er hier den Rest. Sehr schön. Ist hier unten ein Stein spannend? Oh, nee. Not really. Not really, though. Da geht's zum Boch. Muss jetzt wieder dieser Raum sein, ne? Ah, selbst. Ich weiß immer nie, wann die loslegen, die Viecher. Ja, da hat er losgelegt. Ich wollte gerade sagen, die Powerpill können wir beim Boss einsetzen, aber schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Okay, Abflug. Wir könnten noch, sollen wir noch? Ja, doch. Jetzt muss ich die Räume noch abklären, weil ich wurde ja eh schon getroffen. Na? Äh, rote Herzen liegen rum. Nein, liegen aktuell nicht rum. Ich könnte mich also gerade nicht aufladen, wenn ich jetzt getroffen werde nochmal. Aber ich kläre trotzdem noch ein paar Räume ab. Vielleicht finden wir ja noch die Möglichkeit, an blaue Herzen oder so ranzukommen. Arsch! Scheibenhonig. Also, solange keine Herzen rumliegen, werde ich noch nicht in den Raum gehen. Das ist ganz klar. Lass die doch jetzt nicht noch öfter treffen, als nötig. Wo sind meine Herzen? Ich will das Herzen spawnen. Arcade. Arcade. Aber wir haben nicht so viel Geld, leider. Wir haben leider nicht mehr so viel Geld. Das geht ja gut los. Das war nicht gut. Ja, das hat sich dann schon erledigt. Kann nur noch eher mehr Herzen geben. Oh, komm, 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 komm. Herzen! Scheiße. Ja, gut, Geld kann es mir auch geben. Ja, okay. Okay, haben wir wieder mehr Geld zum Spielen. Ah, komm schon! Herzen. Nee. Ja, bei den Schlüsseln... Ach, ich habe 21 Schlüssel. Ich brauche Herzen. Gib mir jetzt Herzen. Mann! Können wir noch mal Geld bekommen? Nein, komm, scheiße. Bin zu blöd. Okay, letzter Raum. Recht einfach zu clearn. Schlüssel nochmal. Ach, ich hätte halt gerne eine vollen Hörnchen gehabt. Na gut. Dann muss es so funktionieren. Das ist noch absolut nicht ansatzweise die Ausrüstung, wie ich sie gerne hätte. Ähm, naja. Wir können mal noch ein bisschen sprengen, zumindest in Richtung... Okay. Ich opfe jetzt ein halbes Herz. Ich opfe jetzt ein halbes Herz. Wir haben jetzt zwei Default-Karten. Ich kann den Stachelraum betreten und nur ein halbes Herz dafür zahlen. Und in der Hoffnung, dass da ein bisschen was Schönes auf mich wartet. Perfekt. Perfekt. Das war doch gar keine so verkehrte Idee. Hier nochmal die Steine kontrollieren, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Aber sieht nicht so aus, ne? Ne. Leider sieht es nicht so aus. Was warst du? Du warst des Stars, ne? Genau. Im Shop noch irgendwas übersehen. Ja, eine Karte. Ich meine, es könnte Hierophant sein. Wir riskieren es mal. Das ist der Tower. Okay, der Tower kann ich einsetzen. Hier. Okay, jetzt aber schnell hier raus. Hier setzt mir hier mal noch eine Bombe. Ja. Wir haben noch ein paar Versuche gestartet. Ein paar Versuche waren es noch, aber... Dann belassen wir es jetzt dabei. Dann belassen wir es jetzt dabei. Ich könnte... Okay, eine Sache mache ich noch. Ja, ihr habt ja recht. Eine Sache klären wir noch. Da kann doch schon mal nichts sein. Von hier aus wäre es möglich. Von hier aus wäre es möglich. Von hier aus wäre es denkbar. Treffer versenkt. Oha, oha. Nicht treffen lassen. Wäre jetzt blöd. Na... Aber ich habe jetzt mittlerweile auch einen Brimstone-Kollegen dabei. Scheinbar. Habe ich gar nicht bemerkt. Finde ich cool. Nehme ich gerne noch mit. Na gut, wir haben noch ein halbes Herz. Blaues Herz, was unsere roten Herzen schützt. War nicht ganz der Plan. Wie sieht es mit dem Supergeheimraum aus? Hier gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn wir mal ehrlich sind. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, aber zumindest in der Nähe des Bosses nicht. Die probieren wir kurz durch. Da wäre einmal hier. Treffer versenkt. Komm, gib mir ein blaues Herz. Yes. Vielen Dank. Sehr schön. Jetzt aber wirklich. Ich habe Defool dabei. Da muss ich nochmal kurz drauf gucken. Passt. Abflug. Moin. Und durch die Car-Batterie haben wir jetzt halt richtig viele. Oh shit. Oh shit. Da laufe ich einfach in den Fuß rein. Ja shit. Ah shit. Ah shit, Mann. Der war komplett unnötig, der Treffer. Ja, was soll's. Kann's nicht ändern. Ich kann's nicht ändern. Kein, kein Dings bekommen. Was soll man tun? Ne? Was soll man tun? Schade. Aber ist okay. Muss ich mitleben. So, haben wir irgendwas zum Mitnehmen gehabt? Hab ich irgendwas gesagt, dass ich wieder was mitnehmen will? Ich wüsste spontan nicht. Ich könnte die Stars mitnehmen. Und mich dann in Gehenna oder wo auch immer wir landen, gleich zum Item rumporten. Weil ich mit deren Herzen, die ich jetzt habe, ehrlich gesagt nicht lange durch Gehenna durchlaufen will. Da sehen wir lieber zu, dass wir rauskommen aus der Geschichte. Weil besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Also mein Ziel ist jetzt gerade eher wirklich nur, zumindest Lille freizuschalten. Kampftechnisch könnte ich, glaube ich, wird es nichts noch. Moment, das ist, äh, ja. Car-Batterie und so weiter ist nice, aber wir nehmen halt viel zu schnell viel Schaden. Das ist das Problem. Und der Damage ist jetzt nicht so fantastisch. Wir könnten noch auf dem HP abspielen. Ach, Mann. Wenn jetzt hier Herzen rauskommen würden. Könnten wir doch auf dem HP-HUB spielen, aber... Der Schlüssel haben wir halt so viele. Und wenn er Herzen droppt, dann kriege ich den auch. Mein Gott, ist es so. Er hat noch nie Herzen gedroppt. Das ist so insane. Jetzt, die Schlüssel würde er mir wieder geben. Es war so klar. Die Münzen nehme ich natürlich auch gerne. Weil ich will Herzen. Bruder, gib mir scheiß Herzen. Jetzt. Herzen. Grrr. Alter. Jetzt aber. Herzen. Wow. Mehr Herzen. Sonst gehe ich nicht spielen. Ist klar. Jetzt gibt's echt nicht, ne? Die Schlüssel gibt er mir wieder. Ich... Wenn wir nicht auf unserem Weg einem Schlüsselbettler begegnen. Ich flip so aus. Wir spielen bis 15 Münzen. Oha. Komm jetzt. Herzen. Mann. Jetzt. Herzen. Nö, nö, nö. Ach. Ja, gut. Ja, das war's dann damit. Und mit Herzen. Soll ich auf Risiko spielen? So für nächste Ebene technisch? Nee. Lassen wir schön sein. Das lassen wir schön sein. Aber ich spreng's noch, dass wir wieder Geld mitnehmen. Oh, ja. So viel zum Geld. Naja. Was will man tun? Ich bin ganz ehrlich. Die Feuer können wir noch sprengen auf... 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 Ja. Neues. Neues. Das ist doch schon besser. Sehr gut. So, aber wie gesagt. Hier will ich mich jetzt nicht lange aufhalten. Hier möchte ich möglichst schnell raus. Also ab in den Itemraum. Ist das Ankh einfach nur, äh, Leben? Ein Leben mehr? Oder hat das noch eine Zusatzbedeutung? Ach, ich... Ich werd als Blue Baby wiedergeboren. Ich werd als Blue Baby wiedergeboren. Mit drei Soul Hearts. Ihr würdet es jetzt wahrscheinlich mitnehmen, na? Ihr würdet jetzt sagen, nehmt es mit. Das andere Item kann nur schlechter sein. Na ja, gut. Scheiß drauf. Nehmen wir es mit. Shop direkt daneben. Das ist cool. Der Shop ist einfach direkt daneben. Yo. Gute Sache. Was ist dieser Salzstreuer nochmal gewesen? Den hab ich auch schon so oft. Na, den... Das ist auch so ein Item. Ich kann's mir nicht merken. Das ist auch so ein Item. Ich kann's mir nicht merken. Ach, das ist gar kein Salzstreuer. Ähm... Oh, der verlangsamt Sachen. Der verlangsamt Sachen. Klingt gut eigentlich. Ist ne... Ist ne Taschenlampe, kein Salz. Ich glaub, ich hab das schon immer wieder als Salzstreuer bezeichnet, na? Könnte... Könnte... Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Schau mal mal, ob ich's gut einsetzen kann. Bin gespannt. Ich hoffe, ich kann's gut einsetzen. Wir werden's sehen. So, mach dich weg, Kollege. Mach dich weg. Okay. Schön nach Steinen gucken. Weil ich will möglichst schnell zum Boss. Also, weil es ist ja kein Bosskampf, ne? Es ist ja nur... Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Ich hab grad... Bin grad so froh, dass der Conjoint-Typ hier ist. Und ich so zumindest die Türme schon mal schnell erledigen konnte. Ah, die Typen sind übelst kritisch. Oh, die Shit haben die mir grad abgezogen. Ei, 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 ei. Okay, ich wüsste jetzt nicht, warum ich da nicht rankommen soll. Das ist ja ein interessanter Raum. Finde ich gut. Oha. Okay, aber das ist alles wieder... Ich komm nicht unbeschadet drüber. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Wenn... Ja. Ja. Äh... Die schießen, ne? Aber ich muss durchlaufen. Geht der hier weiter? Ach, scheiß Dreck. Blöder. Okay. Dad's Note gefunden. Abflug. Es wär schon gut, wenn wir es einfach freischalten würden, Lilith. Es wär schon gut, wenn wir Lilith einfach freischalten würden. Das hätte schon was. Schauen wir mal, wie's läuft. So ein Bettler mit Schlüsseln wär echt ne nice Geschichte, muss ich mal sagen. Du bist gar keine nice Geschichte. Du bist kritisch, mein Freund. Danke, dass du so schnell dich verpisst hast. Äh, Steine, Steine, Steine. Nö. Hier auch nicht. Okay, es geht direkt weiter. Ab nach oben. Ab nach oben. Ganz fix. Twinket haben wir ganz am Anfang platziert. Weiß ich noch. Twinket haben wir ganz am Anfang platziert. Aber sonst keins. Das heißt, wir haben nur dieses eine Twinket. Ne, wir haben sogar zwei. Wir haben zwei, ich erinnere mich. Ich hab nix gesagt. Wir haben zwei Twinkets. Okay. Geht direkt weiter. Direkt weiter. Ab nach oben. Ich mein, mit der Energie, die ich habe, seh ich mich nicht gegen Dogma. So. Das brauch ich gar nicht. Gar nicht hoffen. Aber. Wie gesagt. Vielleicht schaffen wir es zumindest freizuschalten. Das wäre schon schön genug. Das wäre schon schön genug. Nee, du. Du blöder Engel. Was ist das denn? Ein blöder Treffer. Scheiße. Hallo? Irgendwie hat die Lampe nicht ganz das getan, was ich dachte. Aber ist in Ordnung. Okay. Vier Herzen übrig. Ah, nice. Nice, 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 nice. Ich hab komplett vergessen, dass wir ja den Effekt haben, dass die Tiers größer werden, je mehr ich in eine Richtung schieße. Den Effekt hab ich komplett vergessen, dass wir den ja noch haben. Oha. Dumm. Wie dumm. Okay, sehr gut. Der ist gar nicht mal explodiert. Okay, ich würd kurz ein paar Pilze sprengen, weil das sind so viele Pilze. Da kann man auch auf was Schönes hoffen. Ja, schade. Irgendwie versteh ich das mit dem... Mit dem Licht noch nicht so ganz. Nimm in die Richtung, in die ich laufe, leuchtet das Licht. Aber nicht in die Richtung, in die ich schieße. Ach so. Ah, ich verstehe. Das hab ich mir anders vorgestellt. Hab ich bestimmt schon mal gesagt. Shit. Ah, stopp, 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 stopp. Big Stop. Herzen holen. Das soll jetzt funktionieren, ohne getroffen zu werden. Okay, und ab nach oben. Drei Ebenen noch. Hier liegt auch ein Herz rum. Merken, falls ich getroffen werde, kann ich's gleich wieder mir holen. Naja, ich muss, ich muss sozusagen, die, die Lampe muss ich so ausrichten, wie ich laufe. Oha, das macht's unkompliz... Das macht's komplizierter. Das macht's deutlich komplizierter. Hilfe. Das macht's wirklich deutlich, deutlich komplizierter. The World. Nein, wir müssen den... Achso, ich kann The World einsetzen, weil... Kostet nix. Nützt mir aber nix, ne? Was soll mir das groß erzählen? Hier liegt nochmal ein halbes Herz. Sollte ich getroffen werden? Hier liegt auch nochmal ein halbes Herz. Okay. Okay, sehr schön. Kommt, Lichtstrahl! Das ist nicht der Lichtstrahlraum. Du darfst auch jetzt gerne mal kaputt gehen einfach, ne? Das ist überhaupt nicht schlimm. Wow. Okay. Okay, dann holen wir uns jetzt unsere Herzen erstmal zurück. Dieses und dieses. Ey, wenn der Lichtstrahl nachher hier in dem Raum ist, ne? Er wird in dem Raum jetzt sein, bitteschön. Ja, okay, alles klar. Flug. Gut, hier liegen auch Herzen rum. Sehr gut, sehr praktisch. Okay. Nein, aber ich laufe in den Schuss rein. Das war ja komplett schwachsinnig. Das war ja kompletter Müll. Ei, ei, ei. Ich mach's euch. Oha. Der interessiert sich gar nicht für langsam werden, ne? Da hat er gar kein Interesse dran. Vielleicht wirkt es auf Brosse nicht so gut. Man weiß es nicht. Oh, der Raum wieder. Das ist natürlich blöd, wenn ich nicht spektralen Tränen hab. Bin ganz ehrlich. Wir sprengen uns hier raus, bevor das hier schief geht. Habe ich keinen Bock auf die Kacke hier. Oh Gott. Ich seh da einen Markdrock. Mit Bombenmach. Komm schon. Nein, nicht gut. Oh. Okay. Das Ding ist jetzt, um die Herzen zu holen, müsste ich wieder durch den anderen Raum hier durch. Na? Lass ich jetzt lieber. Oh ne. Scheiße. Hä? Wo? Was? Wo bin ich jetzt reingelaufen? Okay. Ich hab mir mehr erhofft von der Powerpille. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich den Wurmstone-Typ dabei hab. Scheiße. Oh mein Gott. Den hab ich schon wieder die ganze Zeit vergessen. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Ich hab ja den dabei. Ja. Oh, 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 oh. Hilfe. Ja, natürlich. Ich hab ja den dabei. Shit. Ja, komm. Wir springen uns nochmal zurück. Wir springen uns nochmal zurück. Was soll's. Ich geh hier nicht mit der, mit der Energie raus. Passt schon. Passt schon. So. Hier ein bisschen vorsichtig sein. Der, äh, ja, jetzt ist der da oben. Einfach raus. Okay, sehr gut. Wir gehen mit voller Energie raus. Es passt. Ist soweit in Ordnung. Ist soweit in Ordnung. Eine Ebene noch. Dann haben wir's geschafft. Dann haben wir Dings Lilith freigeschaltet. Äh, Tainted Lilith. Die liegen auch nochmal Herzen rum. Und ein Quack Key, falls ich jetzt versehentlich Q drücken sollte. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Aber man weiß natürlich nicht, was ich so treibe. Okay, hier liegen auch nochmal Herzen rum. Sehr gut. Und wenn ich nicht irgendwelche Räume skippe, dann bleiben die auch erreichbar. Und ich sollte das Brimstone-Fiech. Ich hab das Brimstone-Fiech viel zu selten genutzt. Ich bin so ne Pflaume. Dass mir sowas nicht... Ach mein Gott, ey. Ich könnte mich schon wieder ärgern über sowas, ne? Und wir haben jetzt echt nichts für unsere ganzen Schlüssel bekommen. Wir haben einfach 41 Schlüssel und es taucht kein Schlüsselbett da auf. Das ist so ärgerlich. Ja, ich hab genug Bomben. Was soll's. Könnt ihr auch noch ein Crawl Space geben? Deswegen sprengen wir einfach mal ne Runde. Das ist leider kein Crawl Space. Äh, okay. Wir gehen jetzt mal nicht zu den Münzen zu nahe hin. Aber wir können sie auch wieder raussprengen. Crawl Space! Schade. Ein Versuch was wert. Lichtstrahl. Das ist nicht der Lichtstrahl, aber das ist auch kein so schlimmer Raum. Wenn ich hier getroffen werde, weiß ich auch nicht. Also dann ist es komisch. Ach komm. Ach komm. Ist das dein Ernst? Na, gehen wir mal kurz Herzen holen. Die nicht. Die da. Okay. 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 Lichtstrahl. Ah. Okay. Da liegt ein Herz rum. Lichtstrahl. Okay. Du kannst mich mal... Oh, da gibt's nochmal einen schönen Marktrock. Sehr schönen Marktrock sogar. Sehr wichtiger Marktrock. Jetzt der Lichtstrahl. Oh. Oben oder links? Oben oder links? Oben oder links? Links. Lichtstrahl. Yes. Abflug. Wir haben Tainted Lilith. Oh mein Gott. Puh. Puh. Sehr gut. Ich seh... Also kampftechnisch seh ich mich nicht gegen Dings bestehen. Bin ich ganz ehrlich. Kampftechnisch seh ich mich jetzt nicht da irgendwas reißen. Aber wir haben Tainted Lilith. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Tainted Lilith haben wir schon mal was. Moin. Alles klar. Sie hat irgendwie ein anderer Leine. Sieht auch interessant aus. So. Gut. Direkt mal reinlaufen in sie. In ihn. Scheiße. Okay. Fernseher ist drauf. Ne. Fernseher ist noch nicht drauf gegangen. Fernseher ist drauf gegangen. Bitte mach einfach deine Strahlen und nicht den scheiß Kreisel. Wäre ich dir sehr verbunden. Ja. Mach sowas. Mach sowas. Bin ich voll bei dir. Nicht den Kreisel. Nicht den Kreisel. Hasse dich. Es ist so schwer dieser Scheiße auszuweichen. Ja. Ach ich starte. Uh. Das ist noch kritischer. Ich starte nicht im Kampf wieder als Blue Baby. Sondern ich starte einfach hier wieder als Blue Baby. Ja. Das. Macht die Sache jetzt sehr unangenehm. Null. Naja. Das kann ich. Das kann ich knicken. Aber gut. Es war ein Versuch. Null. Ich dachte man startet im Kampf wieder. Also dass es einfach ein Respawn ist. Aber es ist kein. Ja. Ja. Okay. Ciao. Ist in Ordnung. Wir haben Lille freigeschaltet. Eieieieiei. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Kneąd hes. Ja. Ich finde jetzt.